Ich begrüße nochmal alle recht herzlich hier zur letzten OSM-Session des heutigen Tages. Erster Redner wird Jochen Topf sein. Ich denke in OSM-Kreisen muss ich Ihnen kaum vorstellen. Ansonsten sage ich mal für die Leute, die ihn nicht kennen, OSM-Urgestein mit einer der Autoren des ersten Buches über OpenStreetMap zum Beispiel. Und ja, ich will ihm nicht mehr Zeit klauen und übergebe das Wort. Viel Spaß. Dankeschön, Michael. So, also es soll jetzt gehen um das OSM-Framework. Warum haben wir das OSM-Framework? Motivation muss man am Anfang immer haben in seinen Vorträgen. Die Entwicklung, ich habe es ja in dem Anfangsvortrag gestern schon mal gezeigt, zeigt die Entwicklung von OpenStreetMap von den kleinen Anfängen. Es geht irgendwie immer steiler rauf, es geht immer steiler rauf. Wir haben immer mehr Daten, die wir immer schneller verarbeiten müssen. Da müssen wir damit überhaupt zurechtkommen. Manchmal ist das so ein bisschen ein Problem. Man hat so das Gefühl, man kämpft gegen Windmühlen. Jedes Mal, wenn man irgendwie die Daten verarbeitet hat und jetzt mühsam in seine Datenbank reingelesen hat oder sowas, sind es wieder mehr Daten geworden, wieder mehr Daten geworden. Und ein Problem zum Beispiel ist es, wir haben die Postgres-Datenbank. Der Elefant ist ja das Symbol der Postgres-Datenbank. Wir laden da Daten rein und manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen all die Arbeit machen, um die Daten da reinzukriegen und wieder rauszuholen. Wer schon mal mit OSM2P, GSQL und sowas gearbeitet hat, versucht hat einen großen Rendering-Server aufzusetzen. Das ist alles sehr, sehr mühsam. Und ich habe gedacht, wir brauchen irgendwas Kleineres, Schmaleres, Schnelleres. Wir müssen die letzte Performance irgendwie rausholen aus unseren Maschinen, um mit den OSM-Daten schnell genug arbeiten zu können, damit wir mit diesen Datenmengen und Änderungsmengen zurechtkommen. Und wir brauchen was, was wir passend zusammenstecken können, wo wir immer die Teile, die wir brauchen, in unsere Applikation reinbauen können, weil irgendwie so eine One-Size-Fits-All-Lösung gibt es einfach nicht. Wir können nicht erwarten, dass wir alle unsere Probleme mit irgendeiner riesengroßen Datenbank, riesen Master-Geschichte lösen können. Das wird immer zu langsam sein. Wir müssen versuchen, kleine Bauteile zu bauen, immer die zusammenzusetzen, die wir brauchen. Und ein ganz, ganz großes Problem, was wir da auch haben, ist, in dem Moment, wo wir unsere gesamte Datenverarbeitung im Speicher haben können, solange es alles im Rahmen läuft, ist das alles natürlich viel, viel schneller, als wenn man auf Platte muss. Das ist immer die gleiche Sache. In dem Moment, man probiert irgendwas aus, irgendwie nur seiner Stadt, macht damit, rendert da irgendwas, baut irgendwelche Sachen, ist alles gut, ist relativ schnell, weil es alles letztlich im Speicher läuft. Und dann will man das Ganze auf Deutschland, Planet, wie auch immer ausweiten, und dann muss man auf die Platte, und alles wird unsäglich furchtbar langsam. Und um den SRAM effizient ausnutzen zu können, zum Beispiel, das ist ein Grund, warum ich auf C++ gegangen bin. Da werde ich gleich noch was zu sagen. Die andere Sache ist, häufig beruht OpenStreetMap verarbeiten derzeit darin, ich nehme irgendwie die Daten, lade die in eine große Datenbank rein, und dann mache ich irgendwelche Operationen auf dieser Datenbank, suche mir irgendwelche Daten raus und mache damit irgendwas. Aber dann habe ich natürlich das Problem, ich muss dieses Ding erstmal erzeugen, dann habe ich diese Datenbank, die ich aktuell halten muss, und ich muss ständig wieder, ich habe ständig das Problem, weil das Zeug ja alles auf der Platte liegt, dass ich da auf der Platte rumschradeln muss. Was ich gerne hätte, ich möchte das Streaming verarbeiten, das heißt, ich möchte die Daten links reinschieben können, und rechts wieder rausschieben können, und zwischendurch meine Operationen machen, und kann damit wesentlich schneller sein. Ich habe keinen Sieg auf der Platte mehr, ich lese die Datei einfach von links nach rechts, und schreibe von links nach rechts raus. Das geht natürlich nicht für alle Anwendungen, ganz klar. Es gibt ganz viele Anwendungen, wo das nicht funktioniert, aber es gibt auch viele Anwendungen, wo man genau das machen kann. Wenn ich Daten extrahieren will, zum Beispiel, klar, ich kann die in die Datenbank reinlesen und dann das Zeug mir rausziehen, oder ich kann während dem Einleseprozess schon sagen, das und das möchte ich rausgezogen haben an den Daten. Und aus dieser Motivation ist jetzt dieses Rosmium-Framework entstanden. Ich habe vorher schon in diversen anderen Programmiersprachen versucht, oder habe in der OpenStreetMap-Daten gearbeitet, und jedes Mal, wenn ich gerade mir irgendwas gebastelt hatte, was so ganz gut funktioniert hat, wurde es dann zu langsam, weil die Daten mehr geworden sind. Und ja, letzte Rettung, wenn es dann nicht mehr anders geht, man geht halt auf C oder C++. Da habe ich den Vorteil, dass es einerseits nativ auf der Maschine läuft, und deswegen viel schneller kriegt man es nicht unbedingt mehr hin. Diese Geschwindigkeit kriegt man durchaus mit anderen Programmiersprachen auch hin, aber der andere große Vorteil von C oder C++ ist eben, ich weiß ganz genau, wo jedes Bit liegt. Ich lege ja genau fest, hier habe ich den Slot, da kommt mein 32-Bit-Integer rein, und hier ist mein Double, und hier ist mein dieses und jenes. Ich habe keinen Overhead für Datenverwaltung, wenn man mit einer modernen Programmiersprache, so einer Skript-Sprache, Python, Ruby oder irgend so was, eine Variable anlegt, dann hat man gleich mal 20-Byte-Overhead nur für die Verwaltung dieser Variable oder solche Sachen. Das ist für die meisten Anwendungen kein Problem, wunderbar, aber wenn der Speicher knapp ist, dann kann das, und wenn man eben ein paar Milliarden Objekte hat, dann macht das einen Unterschied. Und in C++ habe ich sehr viel mehr Möglichkeiten, genau zu wissen, wo die Daten sind. Nicht jeder möchte C++ machen, deswegen auch diese JavaScript-Komponente, auf die ich nochmal genauer eingehen will. Gut, wie sieht das jetzt Ganze aus? Osmium ist eine Library, C++-Library, die man einbinden kann, und die erstmal so die grundlegenden Objekte hat, die man bei OpenStreetMap hat. Nodes, Ways, Relations, Area, sage ich später noch was dazu, die gibt es in Osm eigentlich nicht, aber wir tun mal so als ob. Und es gibt halt Klassen für Tags und Relation-Member und so weiter, wie man sich das vorstellen kann, was man vielleicht braucht, um OpenStreetMap-Daten verarbeiten zu können. Das sieht mal so aus hier, ich habe einfach mal ein paar Beispiele wild zusammen getan, wie man diese Objekte benutzt. Ich habe halt Node und dann sage ich, okay, ID, ich möchte die ID von dem Ding haben oder ich möchte einen Timestream-String haben, von der Node die Position haben und Längengrad oder hier aus einer Relation alle Members haben und aus den Node-Tags möchte ich Highway-Service mit dran tun. Also es ist relativ klar, was man das eine oder andere machen kann. Das ist alles simpel. Dann habe ich Geometrie-Objekte. Weil wir haben bei OpenStreetMap diese komische Situation, wir haben Node-Race-Relations und eigentlich die meiste Zeit, wenn man mit den Daten arbeiten will, wenn man zum Beispiel rendern will und so was, dann denke ich aber nicht in Node-Race-Relations, sondern ich denke in Punkten und Line-Strings, also Linien-Segmenten. Ich denke in Polygonen oder Multipolygonen. Das sind die Sachen, die ich nachher zeichnen möchte und so was. Deswegen sind es ganz wichtige Objekte. Die gibt es also auch als Objekte, als Klassen in dem Osmium-Framework und ich kann jetzt zum Beispiel eben sagen, mache mir einen Punkt aus einem Node oder mache mir einen Line-String aus einem Way, mache mir ein Polygon aus einem Way. Diese Operationen stellt das Osmium zur Verfügung. Und was ich dann machen kann, ich kann all diese Objekte, die letztlich die gleichen Art von Objekten sind, die man sonst, Stichwort Simple Feature, in den ganzen GIS-Applikationen benutzt und so weiter, in der ganzen GIS-Welt benutzt, da habe ich Anbindungen an die, ich sage mal, die beiden wichtigsten, OGR und GEOS-Bibliotheken und auch an die Shape-Lib, die so ein bisschen extra nicht ganz so wichtig ist. OGR ist eine Bibliothek, um Daten zu wandeln zwischen verschiedenen Formaten. Also für die, die das kennen, aus dem Shape-File zu lesen und in den Postgres reinzuschreiben oder umgekehrt. Das unterstützt also eine Million verschiedene Formate, die so im GIS-Bereich benutzt werden. und ich kann also aus einem Way zum Beispiel eben ein Polygon erzeugen, ein Osmium-Polygon quasi und aus dem Osmium-Polygon kann ich ein OGR-Polygon machen und das kann dann irgendwas weggeschrieben werden oder so. Das sind letztlich nur ein paar Zeilen Code, die man für sowas braucht. Und GEOS ist eine sehr schöne Geometrie-Library mit Geometrie-Operationen, die also so Sachen machen kann, wie irgendwie rausfinden, ob ein Punkt in einem Polygon liegt oder solche Sachen und die man also auch sehr häufig braucht. So, das sieht also zum Beispiel so aus, wieder so ein paar Beispiele einfach mal. Ich sage, ich habe hier einen Point P, den ich aus diesem Node herstelle, dann kann ich als WKT, Hex-WKB wegschreiben. Wer das nicht weiß, was das ist, ist egal. Oder kann man eine GEOS-Geometrie draus machen und so weiter. Ich kann sowas machen, wie zum Beispiel hier, ich habe einen Way, aus dem mache ich einen Line-String und 2 heißt, dass ich das Ding umdrehe dabei, weil es eine Einbahnstraße ist vielleicht, die in die andere Richtung geht. Da möchte ich die Geometrie umdrehen, dass es dann nachher passt. Das macht das Ding für mich und dann kann ich diesen Line-String weiterverarbeiten, zum Beispiel, indem ich eben sage, hier, mache mir eine OGR-Geometrie draus und dann schreibe ich sie in den Shape-File weg und dann in der Postgres-Datenbank. Also die grundlegenden Operationen sind alle da und die kann man dann in seiner Anwendung nutzen und zusammenstecken. Was Osmium auch bietet, ist so ein Framework, wie man Sachen anordnen kann, um damit effizient arbeiten zu können. Ich habe den, habe ich da nicht eine extra Folie zu? Naja, die habe ich hier. Vielleicht eine falsche Reihenfolge. OSM-Files sind Klassen, um OSM-Daten lesen und schreiben zu können. In Dateien liest XML oder PBF, komprimiert oder unkomprimiert, mit oder ohne History, haben wir vorhin von Peter gehört, dass er das eben auch nutzen kann, kann OSM-Daten und Changes, also diese OSC-Dateien, kann es lesen, kann lesen und schreiben von Dateien stand out, lesen auch von der URL mithilfe von externen Call-Programmen. Das heißt, ich kann eine Applikation bauen, relativ einfach zusammenstecken, mehr sozusagen aus diesen Komponenten. Ich habe eine OSM-Datei, die stellt meinen Input dar, dann kann ich die durch ein oder mehrere Händler durchschicken, die irgendwelche Konvertierungen machen. Davon gibt es einige bereits fertige, aber man kann auch sehr einfach einen selber schreiben. Eventuell benutzen die temporären Storage auf Platte oder in Memory, dann schreibe ich wieder was raus. Zum Beispiel kann ich eine OSM-Datei wieder rausschreiben. Auf die Art und Weise könnte man sich also einen Filter basteln. Oder man kann auf die Art und Weise einen Export basteln, wenn man also hier nicht eine OSM-Datei rechts rausschreibt, sondern einen Shapefalt rausschreibt oder über die OGR-Bibliothek, irgendeines von den anderen Formaten. Folie haben wir gehabt. Letztlich, was ich schreibe, ist eigentlich nur so ein paar Händler. Das heißt, ein Händler ist eine Klasse und die wird aufgerufen, einmal zum Start der Datei, wenn die Datei geöffnet wird, dann kriegt die Metadaten, also die Bounding-Box ist das im Wesentlichen. Und danach kriege ich für jeden Node, für jeden Wave, für den Relation, kriege ich einen Callback quasi in meine Klasse, in meine Anwendung rein, wo ich dann irgendwas mit den Daten mache. Und am Schluss nochmal ein Call-Final zum Aufräumen, wenn ich das haben möchte. Ganz simples Beispiel, und das ist jetzt diese und die nächste Folie zusammen, sind ein komplettes Programm. Einfach mal zu zeigen, wie einfach das letztlich ist, die Sachen zusammenzustecken. Wenn man C++ lesen kann, ist das relativ einfach, weil wenn man nicht C++ lesen kann, dann sieht das vielleicht ein bisschen kompliziert aus, aber das ist nicht meine Schuld. Also ich habe ja eine Klasse, myHändler, die erbt von der Händler-Basis-Klasse. Okay, das ist einfach Boilerplate, schreibt man so rein, und ich habe jetzt eine Node-Funktion, die ich definiere, die kriege ich den Node übergeben, und die macht hier nichts anderes, als die ID und Längen- und Breitengrad dieses Nodes auszugeben, einfach auf Standard-Out. Das ist also der Händler, und dann brauche ich noch ein kleines Main-Programm, um das zu starten. Ich binde einmal das Osmium ein, ich initialisiere das Osmium, das muss man immer einmal am Programm Anfang machen, und das war es dann. Dann sage ich mir, okay, ich möchte hier einen Eingabe-File haben, ich nehme von der Kommandozeile den Fallnamen, das ist meine OSM-Datei, die ich reinlese, ich muss auch nicht sagen, was für ein Format das ist und so, das wird, wenn ich nichts anderes sage, automatisch erkannt am Dateinamen. Dann initialisiere ich meinen Händler, und übergebe diesen Händler diesem Eingabe-File, und dann läuft es automatisch durch, liest die Datei, für jeden Node kriege ich eben den Callback in meinen Händler rein, und es wird verarbeitet. So, Osmium kommt mit einigen Händlern schon mit, die so Sachen machen, die man häufiger braucht. Die Bug ist ein ganz einfacher Händler, der einfach alles auf Standard-Out mal ausgibt, und kann mal gucken, was in der Datei eben drin ist. Coordinates for Ways, das ist ganz interessant, was ich sehr, sehr häufig brauche, ist, ich lese die Nodes ein, in der OSM-Datei sind ja immer erst, oder fast immer erst die Nodes alle drin, dann kommen alle Ways, und dann kommen alle Relations. Für die Geometrien der Ways, wenn ich den Line-String haben will, wo der Weg ist, muss ich aber die Koordinaten der Nodes ja wissen. Und was dieser Händler macht, ist, er liest die Nodes ein, speichert die Koordinaten von allen Nodes, die vorbeikommen, und wenn dann die Ways vorbeikommen, dann holt er sich die Koordinaten von Nodes, die er jeweils braucht, aus dem Zwischenspeicher, und baut die Wege zusammen, sodass ich mich um diese Geometrie nicht mehr kümmern muss. Er macht es also on the fly. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie er das machen kann, wie er diese Koordinaten speichert, je nachdem, wie viel Speicherplatz man hat, und ob man auf dem ganzen Planet operiert, nimmt man das eine oder andere. Im Idealfall, wenn man genug Speicher hat, dass man alle Nodes speichern kann. Wir haben derzeit etwa 13, was sind es, glaube ich, 13 Milliarden Nodes oder sowas, und man braucht 8 Byte pro Node. Kleiner kriegt man es nicht hin, für die Koordinaten braucht man halt 8 Byte. Und das heißt, das kann man dann jetzt in 9, 10 oder irgend so was, Gigabyte kann man das speichern. Und dann geht das sehr, sehr, sehr schnell, weil ich nie auf die Platte muss, weil ich nie irgendwie auf Datenbanken rumoperieren muss, oder sowas. Wenn ich den Speicher nicht habe, dann kann ich auch eine langsame Version dieses Koordinats-for-Ways-Händler benutzen. Es gibt einen Multipolygon-Händler, der macht folgendes, ach, da habe ich, kommt nicht noch zu, habe ich noch eine extra Folie für. Range from History gibt es. Was das macht, ist, ich gebe dem Händler zwei Datum, ein Anfangsdatum, ein Enddatum, und es filtert mir aus dem Stream einer History-OSM-Files alle Sachen raus, die zwischen diesen beiden Daten passierten. Wenn ich die auf gleichsetze, dann kriege ich genau den Stand, den die OSM-Datenbank zu diesem einen Zeitpunkt hatte. Und es gibt den Object-Store-Apply-Händler, gehe ich jetzt mal mit der Teil nicht drauf, wenn es jemanden interessiert, kann ich nachher noch Fragen beantworten. Damit kann ich Changes Apply auf eine OSM-Datei. Letztlich lese ich die Change-Datei ein, behalte die im Speicher, und während dann die eigentliche OSM-Datei durchläuft, gucke ich immer, wo ich irgendwelche Changes Apply anwenden muss, auf die OSM-Datei, schreibe die hin und wieder raus. Und all diese Sachen kann ich natürlich einzeln zusammenstecken. Ich kann halt sagen, ich brauche Koordinaten für welche, ich brauche die Multi-Polygone und ich möchte Changes Apply. Das kann ich alles zusammenhängen und dann macht meine Applikation das zusammen. Storage, wie gesagt, ich kann Daten speichern, einfach nach ID, wie ich das für einen Koordinats-Furray-Händler brauche. Ich habe auch einen Object-Store, das ist einfach sehr, sehr simpel. Da kann ich OSM-Objekte reintun und die werden alle im Speicher gehalten und ich kann sie wieder rausholen, wenn ich brauche. Brauche ich für das Apply zum Beispiel. Damit kann man lange nicht alles machen, natürlich, was man möchte, aber für einige Sachen kann man damit sehr, sehr effizient arbeiten. Corners for Ways, habe ich gesagt, brauchen wir nicht. Multi-Polygone. Also Multi-Polygone sehen ja so aus, dass ich Relationen habe, in denen drin steht eine Liste von Ways, aus denen dann das Polygon zusammengebaut werden soll. Und da gibt es verschiedene Probleme damit. Ich kann verschachtelte Multi-Polygone haben mit Löchern drin und so weiter, muss alles richtig behandelt werden. Berührende innere Ringe sind eigentlich nicht erlaubt, aber wir haben sie so viel, dass wir sie eben doch erlauben wollen. Ich will auf die Details jetzt hier nicht alle eingehen, aber dieser Multi-Polygone-Händler versteckt das auch alles vor allem. Letztlich baut er die Multi-Polygone alle richtig zusammen. Selbst dann, wenn da so kaputte Geometrien drin sind, kriegt er das teilweise hin, daraus dann trotzdem noch eine gültige Geometrie wieder zu bauen. Das läuft so ab. Ich lese die OSM-Datei zweimal. Beim ersten Durchgang ignoriere ich die Nodes und Ways, lese nur die Relations, merke mir die Relations alle. Und beim zweiten Durchgang lese ich erstmal die Nodes zusammen mit dem Node-Location-Store. Ich speichere mir die Koordinaten von den Nodes. Daraus kann ich die Ways zusammenbauen. Und jedes Mal, wenn ich ein Way zusammengebaut habe, dann gucke ich nach, in den gespeicherten Relationen wird dieser Way gebraucht für irgendeine Relation. Wenn ja, dann hänge ich dann damit dran. Jedes Mal, wenn ich alle Ways für eine Relation habe, eine fertige Multi-Polygone-Relation habe, kann ich den rausschreiben, beziehungsweise dann gibt es wieder einen Callback in den Anwendungscode hinein. Das heißt, ich kann letztlich, muss ich mir über all diese Sachen keine Gedanken machen, ich kann mit so einer Fläche, einem Area arbeiten, als ob es ein normales OSM-Objekt wäre und das Ding baut alles für mich zusammen. Ich muss die Datei dafür zweimal lesen, aber das ist erstaunlich schnell, das ist kein großes Problem im PBF-Format. Mit XML-Format ist das eine andere Sache. Gut, wenn man das kombinieren will, das Ganze ist eine Header-Only-Library, das heißt, man muss nicht irgendwie so ein .a-File oder .so-File oder sowas initialisieren, sondern während man kompiliert, wird das alles mit reingezogen. Da ist auch letztlich nicht so wahnsinnig viel Code drin. Also ganz ähnlich wie sehr viele Boost-Library ist das Header-Only. Das Ganze funktioniert mit dem GCC und auch dem C-Langen-Compiler und ist relativ gut dokumentiert, würde ich jetzt sagen. Keine Warnings. Gut, also der Code könnte sicher besser sein, aber ganz schlecht ist er nicht. Ein paar Unitests hätten wir gerne. Es gibt verschiedene Optionen, dass man eben diese verschiedenen Libraries, OGR und sowas einbinden kann, wenn man die haben möchte und wenn man die Option eben nicht angibt, dann kriegt man die Dinger nicht. Das heißt, die brauchen auch dann keinen Speicherplatz oder irgendwas in seiner Anwendung. Die brauchen auch keine Zeit, diese Sachen, weil die gar nicht erst reinkompiliert werden. Das ist ein anderer Vorteil, den ich vom C++ eben habe. Ich kann wirklich beim Kompilieren sagen, ich will nur diese Sachen haben und dann wird auch für diese Sache optimiert und all diesen anderen Kram wird weggelassen. So, ich entwickle unter Linux natürlich. Das Ganze funktioniert aber auch unter macOS. Nicht ganz alle Teile, aber die allermeisten Teile funktionieren unter macOS. Windows hat es kein Mensch je probiert, keine Ahnung. Es gibt diverse Beispielprogramme, die mitgeliefert werden, die jeweils irgendwie einzelne Funktionen eben zeigen, wie man die aufruft und wie man die benutzt vom Osmium. Zum Beispiel eben dieser Osmium Debug, der nichts anderes macht, als den Debug-Händler zu initialisieren, wo man einfach mal gucken kann, wie das aussieht. Das sind eigentlich alles relativ kleine Programme, sodass man sehen kann, was da passiert. Eine Anwendung, die an der Haupt, ich sage mal, Treiber auch hinter Osmium waren, ich habe die parallel entwickelt sozusagen, das Tag-Info und das Osmium oder immer wieder Features ins Osmium eingebaut, die ich für das Tag-Info gebraucht habe, ist, ja, Tag-Info, ich nehme an, das kennen alle, wenn nicht, dann geht man auf die Webseite, dort kann man Statistiken abrufen zu Tags, zu OpenStreetMap Tags und früher hat man Tagwatch benutzt oder einige von den anderen ähnlichen Sachen und da war immer das Problem, die haben ewig gebraucht, ihre Statistik-Datenbank zu aktualisieren und so was und jetzt, wo das mit Osmium geht, braucht es etwa zwei Stunden derzeit und berechnet also Millionen von verschiedenen Statistiken und so weiter, kann eben all diese Vorteile von Osmium ausnutzen. So, C++ will nicht jeder, deswegen gibt es auch diese JavaScript-Komponente, es gibt von Google eine JavaScript-V8-Bibliothek, die sehr, sehr schnell ist, die das JavaScript direkt auch in Maschinencode kompiliert und die ist eingebunden in dem Osmium und die kann man nutzen, indem man einen JavaScript-Händler einbindet und dann kriegt man diese Callbacks, die ich vorhin beschrieben habe, in den JavaScript-Code rein, das heißt man jedes Mal, wenn eben Node vorbeikommt oder sowas, kriegt man einen JavaScript-Callback. OSMJS ist die Anwendung, die man benutzen kann, gibt es ein paar Kommandezahlen-Objekte, sagt man eben, okay, diese JavaScript-Programm hat man hier sein JavaScript-Programmchen abgelegt und die Datei möchte man lesen. Wenn man Multipolygon zusammengebaut haben will, ist es etwas aufwendiger, aber letztlich auch keine große Sache. Genau, das hat Peter alles schon gesagt, CS3-Daten-Unterstützung haben wir auch und jetzt bin ich durch. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Jochen. Fragen aus dem Publikum? Inwiefern ist Multithreading unterstützt vom Osmium-Framework? Osmium macht im Moment überhaupt nichts Multithreading. Es ist so eines von den Sachen, die ich auf der Liste habe, was ich gerne mal hätte, weil es gibt einige Dinge, die sehr, sehr sinnvoll wären, Multithreading zu machen, insbesondere das Lesen und Schreiben dieser OSM-Dateien, weil da zum Beispiel Sachen in Pakt werden müssen und so was, es macht total Sinn, so etwas Multithreading zu machen und ja, das wäre schön. Im Moment sage ich mir, ich möchte so lange, wie ich kann, ohne Multithreading auskommen, sozusagen, weil Multithreading, ja, schwierig ist, sage ich jetzt mal und man da auch in viele Fallen reintappen kann und ich versuche im Moment sozusagen so weit zu kommen, wie ich kann, erst mal ohne Multithreading und dann wird man das irgendwann sicher auch haben wollen. Und kannst du noch kurz erzählen, ist es möglich oder wie fern es möglich ist, aus dem Java-Skript-Code dann wieder C++-Funktion aufzurufen? Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Das Problem ist, also das, grundsätzlich geht es, aber man muss immer Glue-Code schreiben, man muss immer Code schreiben, der die Verbindung in die eine oder andere Richtung herstellt und das ist so ein bisschen ein Problem mit Osmium, dass ich da schon viel von diesem Glue-Code geschrieben habe und es wird eigentlich immer mehr und es wird unübersichtlicher und es wird auch einfach nervig, all diesen Code immer zuzuschreiben und all die Sachen einzubinden und ich bin daher auch am Überlegen, wie man das anders machen kann. Es gibt, Node.js wird dem einen oder anderen was sagen, ein Web-Server, der auch diese Google-JavaScript-V8-Engine benutzt und dann eben komplett in JavaScript geschrieben ist oder zu großen Teilen JavaScript geschrieben ist und der so ein Modulkonzept hat, dass man da zum Beispiel einen Postgres-Treiber reinladen kann, um eine Datenbank anzusprechen und das heißt, ich müsste all diese Sachen nicht machen, selber Postgres irgendwelche Glue-Code schreiben, um auf die Postgres-Library zuzugreifen, weil das da alles schon drin ist und das ist eine Sache, die ich auch überlege und da würde ich mich auch freuen, wenn jemand sich mit Node.js auskennt, wäre sehr interessant, da Hilfe zu kriegen, wie man vielleicht diesen JavaScript-Support im Osnium umstellen könnte, dass er dieses Node.js mitbenutzt und dadurch all diese Sachen mitbenutzen kann, die Node.js schon an netten Sachen eingebaut hat. Weil sonst ist es so ein bisschen mühsam, sage ich jetzt mal, diesen Glue-Code allen zu schreiben. Gut, dann setze ich gleich fort, oder? Nein, das war keine Frage. Ach, du hast keine Frage. Sorry. War das gerade verwirrt? Irgendjemand eine Frage? Weitere Fragen? Ich habe es nicht gestanden mit JavaScript, mit JavaScript. So, muss man das ganze Programm auf JavaScript schreiben oder wie es funktioniert? Du schreibst ein kurzes JavaScript-Programm, wo du letztlich nur diese, wir haben es im C++, habe ich es gezeigt. ja genau, ich habe beinigst im JavaScript, das heißt, du schreibst ein JavaScript-Programm, mit dem du auch wieder diese Händler definierst, die ich im C++ gezeigt habe, und du hast auch wieder da, du kriegst ein Node-Objekt übergeben, und du kannst sagen, hier gib mir einen Längen- und Breitengrad von dem Node, oder mach aus diesem Node eine Shape-Geometrie und schreib die in diese Shape-Datei rein. Ja, ein Beispiel wäre schön, aber ich habe leider keine Folie dafür. Guck auf die Webseite im OSMJS-Verzeichnis, im Code sind mehrere Beispiele drin, wie das aussieht. Wir haben noch Zeit für eine Frage. Wie speicherst du die Koordinaten zwischen? Also du hast gesagt im RAM so, aber das ist ja jetzt nicht die Großkunst. Was, wenn ich jetzt wenig RAM habe, wo speicher ich die dann? Also es gibt, es gibt drei Möglichkeiten, letztlich im Moment die Koordinaten zu speichern. Wenn du nur eine, wenn du nur einen kleinen Ausschnitt verarbeitest, also nur irgendwie eine Stadt oder ein Bundesland oder auch ganz Deutschland oder sowas, dann benutze ich eine Hashtable im Speicher, um das speichern zu können. Das geht mit Google Gspars Hash, die haben sehr, sehr wenig Overhead für Hashtables. Das ist die eine Möglichkeit. Wenn man größere Dateien hat, wird man mit, wird man, wird es direkt im Speicher letztlich in einem Array gespeichert, ein großes Array gespeichert und an eine Node-ID indiziert den Platz, wo die Koordinate ist und dann kommt die Koordinate rein. Das hat quasi null Overhead, außer dass es ein paar Nodes gibt, die es nicht mehr gibt, an den Stellen ist dann halt nichts, aber viel weniger Overhead wirst du es nicht schaffen als das. Dazu brauchst du aber viel Speicherplatz natürlich oder du kannst stattdessen auch einfach M-Map benutzen und eine Bagging-Solent-Datei haben. Das geht auch relativ gut, weil wenn die Nodes eingelesen werden, liest du ja von vorne nach hinten, das heißt, da wird dann halt blockweise die Sachen dann auf die Platte geschrieben und sowas. Klar, beim Zusammenbauen nachher mit den Ways musst du immer noch in dem Ding rumziechen, je nachdem, wie viel Speicher du hast, wird es gehen oder wird es nicht gehen. Die Alternative ist aber, eben für jeden Node zum Beispiel ein SQL-Query zu machen oder sowas. So Dinge wie OSM2PG SQL, das macht, der hat dann noch einen Cash eingebaut und so versucht, clevere Dinge zu machen. Aber das wird alles viel langsamer werden. Letztlich, klar, es ist, je nach Anwendung und je nach dem, was du für Hardware hast, gibt es natürlich Grenzen und beliebig viele Tricks kann man auch nicht machen. Jochen, vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus